Nie war drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990. Chase Griffin am Tag nach dem Playoff aus. Im Kreise seiner Schützlinge wird die Stimmung langsam besser. Das Schulprojekt von Rasta und der AOK hilft an diesem Sonntag irgendwie auch den Profis um Winnie Bailey. Zehn Teams aus den Grundschulen der Umgebung messen sich an dem Ort, der am Abend zuvor Schauplatz der 60 zu 69 Niederlage gegen Science City Jena war. Es gewinnt die Don Bosco Schule von Obiango gegen Baileys Alexander Schule. Alle Profis sind froh über die Abwechslung. Mit den Kids zu spielen, sie zu trainieren, ist eine tolle Erfahrung. Sie haben viel Spaß, wollen einfach spielen. Basketball pur eben. Ich mag es, dass sie echt alles geben. Mir hilft das, etwas besser gelaunt zu sein. Es ist immer gut, etwas zurückgeben zu können. Der Stadt und den Fans. Zu sehen, wie fröhlich die Kinder an die Sache herangehen, macht mich auch froh. Es fühlt sich einfach richtig und gut an, beim Rasta-OK-Projekt mitzumachen. Und gerade nach der Enttäuschung von gestern Abend tut es gut, so viel positive Energie zu spüren. Positiv ist, wie am Samstag Mannschaft und Fans sich noch einmal pushen für dieses so wichtige Spiel. Angefeuert von 3.140 Zuschauern im ausverkauften Rasterdom erholt sich Rastergut von einem Stotterstart. Gegen das drittbeste Offensivteam der Liga steht Rastergut in der Defense. Oliver Mackeldanz vollendet nach dem Ballgewinn von Donald Lawson. 9 Punkte, 14 Rebounds stehen am Ende für den langen Deutschen. Er hat in den letzten Spielen einen unheimlichen Sprung gemacht. Und das sind alles Erfahrungen, Werte und ein Lerneffekt, die ihn weiterbringt für die nächsten Jahre. In der Gegenwart ist es Rasters Chase Griffin, der die Partie an sich reißt. 11 Punkte von ihm im ersten Viertel. Auch aus 8,50 Meter trifft Fechters Shooter zur ersten Führung. Nach dem Seitenwechsel ist Griffin immer noch richtig heiß, trifft aus der Drehung zur 10-Punkte-Führung. Als die Nummer 5 wenig später das Feld für eine Verschnaufpause verlässt, schlägt Science City Jena eiskalt zu. Allzu schnell verspielt Raster den guten Vorsprung, weiß sich nicht mehr zu helfen. Weder offensiv noch defensiv. Das Problem war, wir haben gut verteidigt und teilweise dann nicht den Rebound geholt. Insgesamt hatten wir einfach zu wenig Firepower. Wir hatten Chase heute, aber viele andere Alternative in der Offense hatten wir nicht. Griffin, unersetzbar für Raster. Gleiches gilt für Jena in Bezug auf David Hicks. 28 Punkte macht die Nummer 17. Hicks leitet die Wände ein und macht Raster den Gar aus. In der Phase haben wir unser Ziel aus den Augen verloren. Basketball ist nun einmal ein Spiel der Läufe und du kannst nicht vor Ende des Spiels nachlassen. Erst wenn die Schlusssirine ertönt, darfst du aufhören zu kämpfen, aber nicht eine Sekunde früher. Wir waren da einfach nicht auf der Höhe, das hat uns den Sieg gekostet. Selbst Chase Griffin mit 23 Punkten und 5 Dreiern, Rasters Bester, kann sein Team nicht mehr zurückbringen. Ohne größere Hilfe muss er mit ansehen, wie Vechta seine letzte Chance auf die Playoffs hergibt. Am Ende steht die bereits 17. Niederlage dieser Saison fest. 60 zu 69. Wieder so ein gebrauchter Abend. Spiele, die wir hätten gewinnen sollen, haben wir nicht gewonnen. Und auswärts haben wir nicht geholt. Wenn man die Auswärts-Balanz guckt, ich denke, von unseren Zuschauern war das eine sehr anstrengende Saison. Und ich kann die gut verstehen, dass die enttäuscht sind. Aber ich denke immer noch, dass wir die besten Zuschauer der Liga haben. Vielleicht in ganz Deutschland die besten Zuschauer, was das anbelangt. Und ich denke, nächste Saison werden die uns auch weiter hinter uns stehen. Oder mindestens hoffe ich, dass die weiter hinter uns stehen. Und wir werden versuchen, nächstes Jahr besser Basketball zu spielen. Am Tag danach ist zwar noch nichts ganz vergessen, aber gerade Kinder vergeben schnell. Und sie machen vor. Man kann schon einmal hinfallen. Aufs Aufstehen kommt es dann an. Wir müssen in Essen gewinnen. Wir wollen mit einem Sieg in die Sommerpause. Klar wird das schwer. Essen will genauso gewinnen. Jetzt geht es um Stolz und Herz. Wir wollen den Sieg für uns, für unsere Fans. Bei der parallel zum Rasta-OK laufenden Kinder- und Sport-Basketball-Academy steht Rasta weiter hoch im Kurs. Dutzende lassen sich das Logo Ihres Lieblingsvereins auf neue Trikots drucken. Ein gutes Zeichen. Nie war drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de. Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990.